Anfang Februar 1939 auf der neuen Reichsautobahn-Rekordstrecke bei Dessau Rekordversuche mit zwei stromlinig karossierten Mercedes-Benz-Rennwagen anzustellen. Fahrer ist Europameister Rudolf Caracciola. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rudolf Caracciola hält auf Mercedes-Benz nunmehr folgende internationale Geschwindigkeitsrekorde. Karacciola erreicht dabei die höchste jemals auf einer Verkehrsstraße gefahrene Geschwindigkeit. 437 Stundenkilometer.